In Microsoft Excel steckt viel mehr, als du vielleicht denkst. Mit dieser Aussage möchte ich dich herzlich willkommen heißen und freue mich sehr, dass du dir dieses Video ansiehst. Heute betrachten wir das Thema bedingte Funktionen, nicht zu verwechseln mit bedingten Formatierungen. Und ich erkläre dir, warum du mit bedingten Funktionen deine Daten klug analysieren und auch automatische Entscheidungen treffen lassen kannst. Sehen wir uns das gemeinsam an, wie du Logik und Bedingungen nutzen kannst, um deine Excel-Tabellen noch besser zu machen. Dazu habe ich auch zwei Beispiele vorbereitet, die wir Schritt für Schritt gemeinsam durchgehen. Es sei so viel gesagt zu den bedingten Funktionen. Mit Hilfe dieser Funktionen können Summen, Mittelwert, Anzahl sowie Minimum oder auch Maximum eines Bereiches auf der Grundlage einer bestimmten Bedingung oder eines festgelegten Kriteriums bestimmt werden. Das klingt in Theorie sehr trocken und deshalb ist es glaube ich an der Zeit, dass wir uns die Beispiele näher ansehen. Zunächst möchte ich einen Blick auf eine bedingte Funktion vorstellen und zwar eine sehr bekannte Funktion. Wenn ich mehrere Summen bilden möchte mit einer Bedingung, dann ist es empfehlenswert auf die Summe-Wenn-Funktion in Microsoft Excel zurückzugreifen. Mit dieser Funktion können sogenannte Werte in einem Bereich auf der Grundlage eines spezifischen Kriteriums, wie es hier geschrieben ist, in einen anderen Bereich addiert werden. Etwa die Anzahl der Äpfel, wie sie hier dann in einem Beispiel sichtbar wären. Betrachten wir zunächst einmal die Ausführung oder Anwendung von dieser Funktion und zwar wird diese mit einem ist gleich Summe-Wenn und dann mit einer offenen Klammer eröffnet. Und hier ist es so, dass im ersten Abschnitt von dieser Funktion zunächst einmal der Bereich angegeben werden muss. In unserem Fall wäre das zum Beispiel hier dieser Bereich, der die Spalten C und D umfasst. Nun gibt es dann das zweite Argument, das man angeben muss bei dieser Funktion und zwar welchen Wert sozusagen gesucht werden soll. Wir führen uns sozusagen vor Augen, dass wir ja in einem bestimmten Bereich einen Wert suchen möchten oder eine Ausprägung, das kann ein Text oder eine Zahl sein. Und für alle diese Werte, die hier zutreffen in diesem ausgewählten Bereich, werden wir dann die Summe bilden. Und genau das gehen wir nun als drittes Argument an und zwar für alle Übereinstimmungen von diesem Wert, werden wir dann hier angeben und zwar im dritten Bereich. Wie würde das nun aussehen an einem Beispiel? Dazu habe ich hier eine Spalte mit Obstsorten und hier einen Betrag. Nun, die Aufgabe besteht darin, dass ich nun beispielsweise die Summe bilde für das Obst Äpfel. Die Äpfel kommen hier, wie gesagt, zweimal, dreimal vor und die korrekte Summe wäre auf einen Blick 150. Und genau das möchten wir mit dieser Summe-Wenn-Funktion für uns ausführen lassen. Daher beginne ich nun mit der Anwendung. Ich schreibe Summe-Wenn. Gebe nun im ersten Bereich unseren Bereich an. Es ist nicht notwendig, sozusagen die Überschriften mit anzugeben, da hier ja auch kein Betrag sozusagen vorhanden ist, den ich suchen möchte, sondern ich kann wirklich oder nur den tatsächlichen Suchbereich angeben. Als nächstes gebe ich dann das Suchkriterium an. Das befindet sich bei uns sozusagen in der Zelle C17. Ich kann in diesem Fall hier nicht hinnavigieren, da die Funktion sich auf die Zelle C17 ausbreitet. Daher tippse ich diese einfach hier ein. Und zu guter Letzt bestimme ich nun, welchen Bereich ich sozusagen in meinem ausgewählten Bereich summieren möchte. Und deshalb, wir wollen ja den Betrag summieren lassen, deshalb gebe ich nun den Bereich D3 bis D14 sollte das sein. Ich gebe das an und schließe die Klammer und erhalte nun entsprechend die Summe für alle Äpfel in diesem gewünschten Bereich. Wenn ich nun in diesem Fall auch einen anderen Wert umschalte, zum Beispiel die Bananen, dann sehe ich, die Bananen kommen auch hier jeweils dreimal vor und ergeben in Summe 180. Wie du siehst, kannst du mit dieser Funktion bereits dir eine Menge Arbeit ersparen in der täglichen Arbeit mit Microsoft Excel und hilf dir natürlich bei Analysen. Zu guter Letzt möchte ich aber auch noch eine weitere wichtige Funktion mit Hinblick auf Summe Wenn vorstellen, und zwar die Summe Wenns. Das bedeutet, es gibt auch die Möglichkeit, mit mehreren Kriterien zu suchen. Die Summe Wenn-Funktion, die wir uns hier angesehen haben, diese basiert ja auf einem Kriterium. Ich kann hier genau ein Obst als Suche angeben und habe keine weiteren Möglichkeiten zu filtern. Und genau diese Möglichkeit bietet uns die Summe Wenns. Das heißt, wir sehen uns im ersten Schritt die exakte Ausführung an, und zwar auch hier wieder mit einem ist gleich Summe Wenns. Und nun unterscheidet sich diese Funktion im Aufruf von der vorhergehenden darin, dass man im ersten Argument angibt, welcher Bereich addiert werden soll. Und im Anschluss können nun x-beliebige Kriterien festgelegt werden. Und diese Kriterien werden immer mit der Abfolge durchgeführt, dass ich zunächst den Bereich angebe, in der die Übereinstimmung gesucht werden soll, und im darauffolgenden Argument das Kriterium für die erste Übereinstimmung. Das kann ich dann beliebig fortführen, zum Beispiel kann ich dann als nächstes angeben, den zweiten Bereich, in dem nach einer Übereinstimmung gesucht werden soll, und dann wiederum das Kriterium für die zweite Übereinstimmung. Auch hier ist es wohl am besten, wenn wir uns ein Beispiel dazu ansehen, und zwar habe ich hier eine Tabelle mit Obst und dem Typ und dem Betrag dazu. Hier möchten wir ein Ergebnis bilden, und zwar aus den zwei Kriterien Obst und dem Typ und beginnen nun mit der Funktion Summerevents und gebe nun im ersten Bereich, hier wird es mir bereits vorgeschlagen, den Bereich an, den ich summieren möchte. In unserem Fall möchten wir diesen Bereich summieren. Dann gebe ich den Bereich an, wo gesucht werden soll, hier kann ich dann diesen Bereich angeben, und als nächstes gebe ich dann den Bereich, oder Korrektur, nicht den Bereich, sondern das Kriterium an, und zwar F17, und dann den zweiten Bereich. Den kann ich hier angeben, und auch hier wiederum das Kriterium für den zweiten Bereich. Das habe ich nun ausgewählt und kann jetzt mit Enter bestätigen. Ich habe noch einen Fehler, und zwar habe ich hier den Bereich falsch angegeben, und zwar soll dieser hier nur auf diesem Bereich gebildet werden. Und ein weiterer befindet sich hier. Hier habe ich den Bereich zu groß ausgewählt und kann diesen auf F14 einschränken und erhalte nun entsprechend die Ergebnisse für die Orangen mit dem Typ Florida. Florida, und zwar sollte sich dieser hier befinden, 20. Wie du siehst, kannst du mit diesen bedingten Funktionen eine Menge an Optimierungen in Microsoft Excel-Analysen anwenden, und ich würde mich sehr interessieren, für welche Anwendungsfälle du dir diese Funktionen vorbereitet hast, beziehungsweise anwendest, und würde ich mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar, und würde mich sehr freuen, wie gesagt, wenn du im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.